Dass ein Hymnus, ein Loblied, das gesungen wird auf Jesus Christus am Anfang des Johannes-Evangeliums und sozusagen die Overtüre zu diesem gesamten Werk ist. Das Wort ist also quasi die Schöpfungsmacht Gottes. Das Wort ist diese Schöpfungsqualität, durch die alles ins Dasein kommt, die Wirkmacht des Wortes. Der griechische Text sagt noch mehr. Da ereignete sich etwas, das war ein Ereignis. Ein Mensch ereignete sich. Der erhält also nicht hinterm Berg, sondern mit seiner ganzen Existenz und jetzt ergänzt der Texte dahinter, der war von Gott gesandt. Also Gott sprach durch den, das haben die Christen nicht geleugnet, die frühen Christen. Da steht ein christliches Bekenntnis hinter. Jesus schafft eben, dass Jesus dieses eine Licht ist, nicht Johannes der Tod. Und das wird jetzt aus christlicher Sicht, also aus der frühchristlichen Gemeinde wird das genau definiert. Nicht Johannes war es, Christus war es. Da wird der gesamte Gedankengang, den wir vorher hatten, zusammengefasst. Der Logos kommt drin vor. Sargs, der Wille des Fleisches, den wir vorher hatten. Hier wird beides zusammengeführt, der göttliche Logos und das Sargs. Und bei Sargs muss man sich sehr, sehr klar machen, was der Text hier macht. Fleisch. Im Deutschen muss man eigentlich über diesen Satz schon stolpern. Sargs ist Kotelett. Das ist, das wird man beim Metzger in der Auslage licht. Das ist Sargs. Das ist nicht irgendwie vergeistigbar. Das ist blanke Materie. Gnade und Gesetze widersprechen sich nicht, sondern wir sind dann ein bisschen dazu aufgefordert, gerade die Gnade, die durch Jesus Christus sich eigent hat, was der Johannes-Polokauf sagt, ins Verhältnis zu setzen zur Willensoppenbarung Gottes im Gesetz am vollen Israel in unserer Geschichte. Es geht darum, dass sich in dem Leben von Jesus Christus Gott mitgeteilt hat. Das ist ja auch das Wort, was am Anfang betont wird. Jesus Christus ist die Mitteilung Gottes in die Welt hinein. Das Interessante ist, dass der Text weitergeht mit den Worten. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Jetzt kommt quasi, was hat Johannes bezeugt. Man könnte quasi jetzt auch weiterführen. Und was ist das Zeugnis von euch heute?